Geschafft! Ich hab's geschafft! Ich rauche nicht mehr! Endlich befreit von diesem Laster! Das war natürlich nicht leicht, von heute auf morgen aufzuhören, vor allem wenn man mehr als die Hälfte seines Lebens geraucht hat. Da braucht man schon jede Menge Willenskram! Hau ab! Willenskraft! Aber die habe ich. Ich bin voller Zuversicht. Ich lass mich nicht mehr so leicht verfü... verfürben! Ja komm, lass mich wenigstens mal ziehen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020